Durch alle Zeitalter hindurch wurde immer gesagt, ohne Opfer gibt es keinen Sieg. Zwei Spezies im Krieg gegeneinander. Eine aus Fleisch, eine aus Metall. Optimus Prime hat uns verlassen. Es gibt 100 Trilliarden Planeten im Kosmos. Da stellt sich die Frage, warum sie immer wieder hierher kommen. Ich will hier bleiben und gegen sie kämpfen. Und jetzt prallen zwei Welten aufeinander. Die Operation ist verendet. Wir geben nicht auf, okay? Und nur eine überdauert. Oh mein Gott. Vergib mir. Nein! Nein!